Lagerhaus Damit wir jetzt eigentlich mal ein richtig großes, schönes Lagerhaus haben Müssen wir mal gucken, ob das mit den Ressourcen reicht Ich glaube nicht Ich glaube uns, ja, mangelt es jetzt schon extrem an Brettern Die müssen wir eventuell dann nochmal nachordern Dann gab es einen neuen Zuwachs Hier oben ein Bäcker Ein Bäcker, der jetzt auch das Mehl endlich verarbeiten kann zu Broten Dann haben wir das endlich auch von unserer Liste gestrichen Und der Kollege hier kann endlich seine Sachen auch verkaufen So, ich habe zwischendurch auch noch den... Was ist hier irgendwie los? Äh, den... einen Schwertmeister Den habe ich aber leider abge... also nicht... Ich habe ihn nicht abgelehnt, ich habe ihn genommen Allerdings habe ich ihn nicht für unser Dorf benutzt, sondern... Ich war doof Ich habe ihn hierfür genommen Ähm, hier ist er Der Schmied, nicht der Schwertmeister Der macht aber Schwerter Also zwei Schwerter kriegen wir jetzt jeden Monat Oder jede Jahreszeit Äh, ja, gut, Problem war Ich musste die Straße wieder neu bauen Und ich musste das Gelände kaufen für Gunst Und ich habe danach erst wieder darüber nachgedacht Für was ich die Gunst eigentlich behalten wollte Für die Architektenfamilie Ja, am Arsch 20 Punkte habe ich nur noch Ergö, brauchen wir Ich nehme wieder meinen schlauen Zettel Neue Sachen Uh, guck mal Äh, die wir jetzt quasi abschließen können Und da kommt mir natürlich immer noch der Kohl ins Auge Das Maisgedöns habe ich noch draufstehen Die Häute Ja gut, Bretter müssen wir jetzt kaufen Und Melonen Wunderbar Ich hoffe mal, dass unsere Bauern Halbwegs fit sind Mit ihrer Ernte Ja, sie ernten auf jeden Fall schon Und vielleicht schon mal die ersten Waren uns anbieten können So, ah ja, guck mal 35 Melone Äh, zu wenig 25 Mais Sind auch zu wenig Wäre im Prinzip ja egal, ne Kann man hier eigentlich auch gleich zu den anderen schalten Ah ja Bietet nichts an Äh, ist egal Ich kaufe es trotzdem So, ich kaufe euch den gesamten Kohl ab Ich kaufe euch den gesamten Mais ab Und ich kaufe euch die gesamten Melonen ab So, und heute gibt es später So, macht mal euren Laden ready, bitte Ah, guck mal Der hat hier 73 Kohl Ich kaufe einfach nochmal 20 Ich kaufe nochmal 20 Mais Und ich kaufe nochmal 30 Melonen So, geldtechnisch Wurzelt natürlich jetzt damit nach unten gehen Aber das ist egal Alter, haben wir vier Händler Aber nur einer ist ready Und der Der zählt Keine Kräuter, ne Ich habe trotzdem drei Karawanen am Start, aber Alchemie Äh, ne Ist eine Adelsfamilie Sehe ich ehrlicherweise nicht Warum ich ihn bräuchte Ich muss langsam auch mal zu Zum Kloster übergehen Das müssen wir irgendwann mal jetzt angehen So Können wir schon irgendwas abgeben Also die drei Sachen auf jeden Fall Dann kriegen wir nochmal 100 Gunstpunkte Und davon kann ich mir 100%ig aber eine Architektenfamilie kaufen Also wenn das jetzt nicht reicht Dann Weiß ich auch nicht So Irgendjemand müsste die Sachen noch abholen, ne Ich glaube die sind gerade alle Arg beschäftigt mit Dem Aufbau des Lagers Aber es wäre trotzdem Übelst geil Wenn ihr die Sachen Ran karrt Damit ich die noch In der Jahreszeit Die abgeben kann So, ich beobachte mal oben links Ob irgendwas dazukommt Boah, ich bräuchte eigentlich noch Einen zweiten Diener Also einen zweiten Koch Über den Durst weg Warte mal, kann ich hier noch Ja, muss ich das Ding erstmal erweitern Das mach ich danach Ich hab auch keine Fische mehr Boah, komm schon 157 Fleisch Auch geil Müssen hier eigentlich alles verticken An den Metzger Ich verkaufe doch aber auch noch, ne Ich glaube ja Sie holen es nicht ab Weil die hier hinten noch Den gesamten Wald erstmal wegroden müssen Ja, der Koch macht halt Immer wieder gute Nahrung Aber unsere Adelsfamilie Die knallt halt so viel Essen am Tag weg Zack, schon wieder Drei Essen weg Wahnsinn Also die konsumieren die drei Oder die fünf Hammer So, Geldmangel Ja, Verhütter Und natürlich die Schreiner Ich verstehe es nicht Mit den Schreinern Es ergibt einfach keinen Sinn Für mich Zumal die haben drei Silber Wir können mal ganz kurz In die Übersicht reingucken Ja Jetzt ist die Frage Wo konnte ich mir das angucken Speicherbuch Nee Allgemein Es gab so So eine Übersicht Die war echt gut Tabelle Nee Wenn dann Diagramm Ich nehme mal die Gruyers Da ging es aber darum Ach hier Wohlstand Das suche ich So, die Gruyers Sind hier angekommen mit Ja gut, okay Das ist hier Ganz komische Ansicht Ähm Sie haben auf jeden Fall Erst ein bisschen Wohlstand gewonnen Sind dann richtig abgesagt Und jetzt Geht es langsam Wieder bergauf Gib mal Haushalt Ein Gold 64 Silber Es gab da auch So eine Übersicht Wie viel Geld Die einzelnen Familien haben Oh Mann Alter Statistiken Was Speicherbuch Nee Ja Das suche ich Hier Wohlstand Und Geld Also Wir haben einen Wohlstand Von 33 Gold Die Lightlass Ja Die kommen Langsam an uns ran Die haben sogar fast so viel Geld Wie wir Oh Familie ist so krass Ähm So, die Pharsens Haben tatsächlich gar kein Geld Die Gruyers haben nur Drei Silber Das ist nicht wenig Also die Pharsens Haben gar kein Geld Das ist halt super wenig Aber die verkaufen halt Auch leider nichts Ja Und der Klerus Hat auch kein Geld Der Rest Der hält sich irgendwie Über Wasser Die haben halt alle Guten Wohlstand Auch die Schreiner Haben super Wohlstand Obwohl Naja Super nicht Aber immerhin Drei Gold 33 Das ist schon okay Ich meine Da zählt dann halt Haus und Besitz Und so auch mit dazu Aber Jetzt eigentlich auch Nicht gewillt Äh Mein Geld Dann die Leute Zu übergeben Achso Die sieben sind übrigens Bären und keine Fischer Boah Boah ich Ehrlich Ich glaube nicht Dass sie Es schaffen werden Mir meine Sachen Zu kaufen Von den Familien Das Geld Haben alle Aber nicht Die Ware Die musste doch Hier irgendwo rumliegen Oder Ich hab's doch gekauft Karawana eingetroffen Ja ich muss mit der Mit der Haut nochmal gucken Wobei wenn sie mir die Essenssachen Schon nicht holen Dann werden sie mir die anderen Sachen Auch nicht holen Das ist halt weil die hier alle Weil dieser scheiß Wald Komplett weggerodet wird Ach das dauert halt Übelst lange Guck mal der Wald Verschwindet hier übrigens auch Okay wusste ich gar nicht Also das heißt Wenn ich jetzt Hier Bäume pflanze Würde hier auch Waldboden entstehen Ja Kindesadoption Oh no Oh Gott Alter ist nicht euer Ernst Ey Wie viel seid ihr Zehn Stimmt das sind die Wo ich die alten Schon rausgeschmissen hab Also ziehen wir zum Klerus Oh man ey Alter eine Milliarde Kinder Ab wann kann ich die zum Klerus schicken Wo sind die Fischer Okay mit zwei Jahren Auf jeden Fall noch nicht Kinder werden Okay ab wann ist man denn Kein Kind mehr Jugendlich Null Ach so Nee Warte mal Nee Okay Es geht weiter Also erwachsen ist man Ab sechs auf jeden Fall Ja gut Ich hab noch keine Kinder Die so lange dabei sind Übrigens hier Steinmetz Familie Die müssen wir demnächst auch mal ersetzen Fischerfamilie Man ich brauch immer noch ne Gläser Ne Gläserei Ich könnte hier ne Fischerfamilie unterbringen Ganz ehrlich das mach ich auch Weil ich hab ja hier auch noch Die Möglichkeit Ne Glasbläser zu setzen Pass auf den Fischer Nehmen wir auch nochmal Ja Quivremance Vielen Dank Viel Spaß auf eurem Neuen Grundstück Ja Rest müssen wir uns eigentlich auch mal angucken Oha Oh mein Gott Da sind aber welche richtig aktiv Was Handelsverbindungen betrifft Ja gut Die Bolanes Die sind halt super weit weg von allem Ja und wir Käsen uns hier überhaupt gar nicht aus Ich müsste halt hier lang gehen Mit einer Straße Und dann hier durch die Berge Damit ich Richtung The Willis komme Ich hab natürlich das Unfassbare Problem Dass ich Die einzige Familie neben mir habe Mit denen ich Nicht handeln kann Weil unsere Beziehung einfach Zu schlecht ist Die wird auch immer nicht besser Ne Also wir müssen jetzt immer nur so bei 34% sein Steuern Mann Holt mir doch mal bitte die Sachen ab Das geht halt auch gar nicht vorwärts Auch wenn ich das jetzt weg mache Also auch Beschlagnahme macht keinen Sinn Weil es müssen halt Leute aktiv abholen Und alle meine Diener sind hier hinten auf den Feldern aktiv Äh im Wald aktiv Geht mal hier Wald weg Das wird hier unten übrigens auch passieren Das dauert so ewig Bis sie hier diesen Wald abgerissen haben Juwelierarbeiten Oh mein Gott Scheiße Muss ich annehmen Die Was Hello Visiting Keine Ahnung Für irgendeine Errungenschaft Die muss ich leider annehmen So 2-2 Okay So Dann Eure Hütte hier Jo Perfekt Eingang oben Und ihr kriegt natürlich eure Keine Ahnung wie das heißt Wie heißt das? Also ich juwelier wird es nicht heißen Ja gut Juwelierwerkstatt Macht Sinn Weiß nicht, wie groß muss die sein 8x6 Ja Viel zu groß So Der Juweliertisch Wird natürlich nur von Architekten wahrscheinlich aufgebaut Natürlich Schmelzofen Erfordert Architekt Einen Ackklotz Viel zu groß Eigentlich Viel zu groß Dann bauen wir es nochmal ein bisschen anders So den Hackklotz setzen wir da hier draußen hin Ladenzeile Machen wir hier hin Ja Bodenlager Oder mal Dann bauen wir es anders Machen wir es so Ladenzeile Kommt dann Hier hin Und schränke Reicht eigentlich Ja Wir können auch zwei bauen Achso Eine Truhe Kommt dann In die Ecke Gut So Wunderbar Family Zuweisen Äh Blues Die Blues Und Natürlich auch Die Blues Ach Sidonia Blue So Und ihr kriegt gleich die teuren Sachen So Zwei dicke Betten Also teure Betten Zack Und ganz ehrlich Ihr kriegt doch gleich die teuren Sachen Von Tisch und Stuhl Achso Und ihr kriegt doch die großen Lagerdinger So Ein Schrank Muss der sein Ein Regal Oh Gott Alter Warte mal Ich setze mal hier oben Regale Dann kommt das hier weg Ich glaube nicht Dass das das Regal ist Ähm Die Fässer Setze ich mal Obwohl Ich setze mal so Ein Bücherschrank Braucht ihr nicht Ja Rest müsste passen Außer hier draußen Die Die Bodenlager Da machen wir mal größere So Wunderbar Ja Knete Sollten die Mehr als genug haben So Jetzt brauche ich wirklich Unbedingt das Essen Damit ich endlich Auf die Scheiß Königchen steuern Komma Alter Ich kriege Ein Föhn Holt mir doch mal Bitte das Essen ab Warte mal Ich mach das jetzt mal ganz kurz anders Ja Zone löschen Ja Ist mir scheißegal Hauptsache die holen mir jetzt das Essen Danach kann die Zone gerne wieder Zugewiesen werden Hauptsache ich kriege jetzt die Sachen Ich brauche ganz dringend diese Architektenfamilie Achso ich habe übrigens schon gesehen Dass unsere Handwerke Äh unsere Schürfer Die sind hier übrigens fertig Ich habe denen jetzt das hier zugewiesen Aber die nutzen tatsächlich jetzt auch die Dinger hier Minenschächte Den ein oder anderen Habe ich schon mal nach unten fahren sehen Es bedeutet also Seil ist vorhanden Seil ist vorhanden Metzgerei Ne Habe ich gerade eine neue Familie genommen Ähm Es kosten die Steinmauern Architekten scheiße Ihr seid natürlich prädestiniert gleich Stein zu bauen Alter ihr wollt mich doch verarschen Jetzt bauen die trotzdem die Dinger hier ab Nein ihr kriegt einen Föhn Wirklich Ihr kriegt einen Föhn Scheiße Ach das ist kacke ist das Das ist ganz ganz großer Kacke Äh kann ich hier Prio aus Also Baubewilligen Ignorieren alle von dieser abgedeckten Die Dorfbewohner ignorieren alle von dieser Zone abgedeckten Entwürfer Das heißt Ich weiß nicht was das heißt Mann Die kommen einfach nicht Äh was ist bei euch hier das Problem Was ist mit den beiden Blueprints Bretter und Stroh Habt ihr beides Ihr habt doch Bretter da Ah ihr habt kein Stroh War Na gut Stroh könnt ihr euch selber machen That's not a problem So Dorfbewohner verhungert Das kann ja nur die Verhütungsfamilie sein Na kommt Ihr kriegt mal wieder 80 Fische von mir Die hier gehen auch richtig gut Voran Eieiei Uh die haben sogar Haut Oh mein Gott Ja gut bringt mir das Statt keiner abholt Alter richtig gut Oh Drei Gold haben die mittlerweile Oh danke Danke lieber Gott Danke 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 Endlich Endlich Hab ich den Glasbläser So den setzen wir hier unten hin Du kriegst natürlich noch hinten dran Etwas Walled Achso Erstmal verbinden Achso Können wir nicht einfach hier Ja genau hier raus gehen Was ist das hier? Ich glaube das hier müsste der Der Dings sein So Das Ist schon mal die Nummer 1 Zack Da kann ich nämlich jetzt endlich auch Fenster bauen So und dann kriegt ihr natürlich die Glasbläserie Ich gebe euch einfach mal hier den den Bereich So Grabungsstellen Schmilzofen Setzen wir hier so ein bisschen ans Wasser Hackklotz Hackklotz Kann man hier hinten hin Äh Verkaufsding Können wir eigentlich hier hinsetzen Schmelzofen haben wir Hackklotz Ne Schmelzofen haben wir nicht Können wir aber auch nicht bauen So und die Bodenlager mache ich dann hier unten hin Ja Ja Truhe Zwei ins Wasser So Good luck Achso warte Zuordnen Sehr geil So Bau nicht leistbar Alles gut Ihr verdient aber hoffentlich relativ schnell Geld Indem ihr Die Grabungsstellen Macht Ja Schmelzofen Ne Für der Architekt Aber Den Glasschmelzofen können wir machen Und das bedeutet Genau Wir können Sand und wir können Glas machen So die Glasflasche ist das einzige was wir nicht machen können Das ist schade Aber das sollte hier schon mal Prio Nummer 1 sein Achso Okay Glasbläserfamilie Ja gut Pennen gerade im Wald Nicht ganz so schön So ich hoffe ihr fangt mal an hier zu bauen Achso ja die werden sich natürlich erst mit ganzen Ressourcen kaufen müssen Das ist natürlich klar Genau dann wird erstmal alles abgerissen Ah sehr gut Wunderbar Betten Prio 1 Herrlich Tierbohle geht 10 Welches denn Ein Schaf Äh war das das was ich Irgendwann mal Gesagt hatte Ne Im Besitz der Familie Riviera Wer sind die Riviers Hier oder Ja Oh sie sind gleich fertig Ich bin tatsächlich optimistisch Dass wir vielleicht doch noch die Ressourcen bekommen Die ich schon vor Monaten bezahlt habe Geldmäßig sieht es auch wieder ganz gut aus Ich glaube wir haben mir ein bisschen was verkauft Ich bin übrigens auch super gespannt Wenn ich das hier abreiße Ob wirklich alles rüber geht Da gab es ja ab und an mal ein paar Probleme Habt ihr das gebaut? Ja sehr gut Also ihr könntet schon Sand machen So das abreißen Und dann könnten sie eigentlich schon loslegen So und jetzt müsste alles aufgebaut werden Küche steht Truhe steht Ah perfekt Der erste Schmelzofen geht los Sehr gut Jo dann könnte man theoretisch ja sogar schon anfangen Hier Sachen zu machen Guck mal da ist Sogar schon Der erste Sand Erhütungsfamilie Boah es tut mir super leid für die ne Aber eigentlich müsste ich die rauswerfen Die Phasens Ja guck mal Wir sind auch wieder überall bei 100% Ähm 23 Die sind schon sehr alt 5533 Was seid ihr? 3 und 3 Die sehen auch relativ jung aus Äh alt aus Ich hab auch keinen freien Slot mehr Wo ich die hinsetzen könnte Okay hier würden sie Stahlbarren produzieren Hier würden sie sogar Ziegel machen Ist ja noch besser Ah da bin ich überall weit weg Ja und für 3 Gold kaufe ich hier Auf gar keinen Fall irgendwelche Sachen Ja auch immer noch 34 Ne ich glaube ich lehne euch leider ab Wobei die angeblich nicht mehr an Geldmangel leiden Ach guck mal sie haben jetzt mittlerweile auch schon mal den ersten Ofen Ist ja noch besser Was ist hier irgendwie los? Achso Grabungsstelle Ich hab ein bisschen Platzmangel was Ressourcen betrifft Na gut Scheiß Essen ist immer noch nicht da Ach okay Sie haben es aber immerhin alles schon mal abgerissen So da verschwindet langsam der Waldboden Genau den Rest können wir nicht aufbauen Weil es uns einfach an Brettern immer fehlt Ich glaube wir haben nämlich keine mehr Genau Äh Könnten nochmal 106 Bretter kaufen Oh guck mal die abgeholt werden Also das Geld geht immer sofort weg Aber das Material kommt nicht Oh ich hasse es Gibt es hier nicht so eine Prioritätenliste Gibt es nicht ne Warte mal Äh Domäne Arbeiter Führungsbericht Ne Marktauftritt Inventar auch nicht Gibt es nicht so was wie ne To-Do-Liste Das man sieht Das man sieht hier Pass auf Die und die Aufgaben Stehen jetzt noch an Okay die sind sogar alle super zufrieden Hätte ich gar nicht Also wirklich gar nicht erwartet Der Schatzmeister verwaltet die Schatzkammer Das können die alle nicht machen Kann das nicht jeder machen Ne alle nicht Äh Handwerker Gib mal die könnte ich dazu auch machen Geschick Okay da ist gar keiner dabei Der wirklich clever ist Äh Kommen die da für Geld Stalldiener Wo war denn diese Übersicht Mit meinem königlichen Rat Gab es das nicht auch Ist das nicht hier irgendwo mit drin Ach hier Hoher Rat Da haben wir es doch Der Haushofmeister Der Rechtsmeister Bischof Pfarrer Schatzmeister Und der Feldmarschall Scharfrichter Geheimdienstoffizier Kümmern sich um öffentliche Angelegen Er hätte seine Anhörung im Rat Was haben wir das selber Achso und die kriegen dann Ah guck mal hier Die kriegen dann 5 Silber Nö Kriegen sie nicht Verlieren die dann ihren Post Hm Werden wir uns morgen mal drum kümmern Vielleicht werden wir mal Ein paar Leute einstellen In unseren hohen Rat Äh Und dann gucken wir mal Ob das Vorteile Nachteile hat Oder ob das Super egal ist Weil es einfach nicht geht Weil ich kein Rathaus besitze Müssen wir mal gucken Okay gut Dann bis morgen Mein Lieber Mario